So, da sind wir wieder. Und, ja. Wir hatten gerade ein paar Probleme. Aber jetzt passt alles wieder. Ey, du kannst ja ruhig rein zu Pilz fahren. Komm, ich hab fast gemacht währenddem. Okay. Warum hab ich eigentlich... Meine Fresse. Ich hab, ich renne hier irgendwie die ganze Zeit mit so wenig Leben rum. Und dann, wenn ich Tab drücke, dann denke ich, du bist das. Äh. Ups, oder? Hallo? Young Cat. Der Tim ist Young Cat. Ja. Warte. Flieg zu Nein, Cut. Okay. Warum? Mann. Okay. Also, wir nehmen jetzt noch ein paar Minuten auf, ne? Aha. Okay. Ist das jetzt, wenn du hier vorstandest, oder? Moment. Nee, nebendran. Okay. Fünf. Dö. Und null. Cool. Das ist gut. Ja, dann gucken wir mal, was am besten... Obwohl, ist vielleicht nicht so... Das müssten wir vielleicht anders hinstellen. Am besten hier an die Wand, weil da können sonst keine Pilze wachsen. Verstehst du, was ich meine? Also hier... Ja. Wir können auch einfach Zahlen hinschreiben, das reicht ja eigentlich. Oder am besten noch unter die Decke, weil ich weiß nicht, ob die da den Platz sogar noch brauchen. Nee, ich sollte nicht. Okay. Nee. Mit... Acht. Also mit den Rucklern, da müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal gucken, wie das ist. Mhm. Zwei. Oh mein Gott, hast du das gehört? Das war mein Handy. Mhm. Aber wenigstens habe ich mich dieses Mal nicht erschrocken. Irgendwie bin ich in letzter Zeit so schreckhaft, was Handy-Klingeltöne angeht. Ich habe noch ein Schild. Kannst du ein Geschenk haben? Ich packe das sowieso wieder alles oben in die Truhe. So, dann gucken wir mal, was wann wächst. Oder ob überhaupt was wächst. Das nehme ich auch mal mit. Wir haben hier oben eine Werkbank. Achso, übrigens, wenn du das da eingibst, öffnet sich eine Werkbank. Oh mein Gott. Also solche Befehle habe ich auch bei meinen Makros da eingefügt. Okay. Also irgendwie finde ich diese Ruckler gar nicht nett. Wenn ich sortiere, dann habe ich irgendwie manchmal irgendwas in der Hand. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie eine Holzschaufel und Treppen im Inventar. Ich kann ja schon mal drassen. Doch, sechs Minuten. Jo. M. Warte. Ich brenne mal ein bisschen Sand, dann können wir nämlich hier, äh, Dingsen und so. Können wir nämlich ein paar Fensterscheiben machen. Mhm. Machen wir ja dann Fensterscheiben. Oder willst du lieber... Oh, unsere Körbohnen sind reif. Oder willst du lieber hier Dingens machen? Lieber hier Dingens machen. Ist mir egal. Aber ich glaube, Fensterscheiben sind besser, da kriegt man mehr. Fensterscheiben sind besser, ja. Los, brennen, brennen, brennen. Warum habe ich eigentlich immer noch F3 gedrückt? Da bin ich überfragt. Hm, ich auch. Oh, scheiße. Oh, da ist ein Skelett dann. Ich hab schon gedacht, was bist du? Der hat den für zaubernden Bogen. So, was würde ich doch nie machen. Oh. Der... Was tu das jetzt? Nein, sowas würde ich doch nie tun. Nein. Das ist ein Fall. Hm, die Fälle kommen irgendwie nicht aufheben, schade. Irgendwie haben wir hier überall Löcher. Woher kommt das denn bloß? Ja, das heißt, das heißt, noch zehnmal Adventure-Möp. Ja, hm. Wann machen wir Adventure-Möp? Du kannst ja nicht so viel auf einmal hochladen. Ja, also dauert nicht lang. Wir können ja mal gucken, das machen wir dann irgendwann hier nach diesem Projekt. Dann können wir uns ja irgendwann nochmal besprechen. Oh, ein und halb viel Herzen. Da hab ich gerade ein Loch zu gemacht. Mann, du musst doch jetzt nicht schon wieder fast sterben. Das kann doch nicht sein. Warte, dann mach ich hier jetzt ein Loch zu. Also irgendwie sind diese Rockler echt tricky. Oh, sonst hab ich nichts mehr. Okay. Ah, nix mehr. Warum hat der Baum so wenig Blätter? Jetzt hat er gar keine Blätter mehr. Oh, da drüben kommt ein Creeper. Soll ich den mal hier explodieren lassen, hier drüben so? Kannst du machen. Warum leuchten Creeper eigentlich, wenn sie explodieren? Oder bevor sie explodieren, mein ich? Keine Ahnung. Ich glaube, da bin ich nicht weit genug weggegangen. Ach, guck mal, da kommt noch ein Creeper. Lass mich hier durch. Na, Creeper? Ich will nicht dich schlagen. Vielleicht sollten wir nicht zu zweit drauf ran. Warte, ich fällt hier den Baum. Das sieht irgendwie schon geil aus, wenn du da so lange jumpst. Yay! Selbstmord. Irgendwie, das ist schon so. Also das ist auf jeden Fall eine lustige Aufnahme. Mit sehr vielen Küperlichen. Creeper ist gerade auf unser Tag gestanden. Also, am Ramp vom Dock. Nicht, glaube ich, sogar in unsere Wohnung. Hier, das Loch können wir ja lassen. Oh, ich könnte sogar schon was... Nein! Was? Was? Wie? Hast du jetzt unsere Wohnung in die Luft gesprengt? Naja, fast. Okay. Ach, du, denn ist noch einer. Hier müssen wir sowieso noch irgendwie eine... Oh, denn ist noch ein Creeper. Was? Was? Oh, da. Ach so! Ja, dann... Okay, jetzt ist er draußen. Okay. Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mache da gleich mal eine Treppe hin. Jetzt bietet sich ja die Gelegenheit. So. Na, so. Wir müssen ja gleich Schluss machen. Wir müssen nicht, aber wir können. Hä, hä, hä. Ähm. Ähm. Äh, das ist ja gesagt, du willst ja, ähm, um 6 Uhr Schluss machen. Ja, das kommen wir für mehr ausmachen. Ja, von mir aus können wir auch weiter aufnehmen. Ja, wir wollen dann bestimmt auch irgendwann essen und dann, ne, weißt du ja, wie das so ist mit Müttern. Ja, meine Eltern wohnen ja immer noch bei mir, deswegen muss ich ein bisschen auf sie hören. Ups, oder? Und deswegen müssen wir dann auch noch rendern und gucken, dass ich dir halt, ähm, die... Dingens schicke, die Tonspur. Damit du das auch alles hast. Sonst wäre das nämlich nicht so prickelt. Und außerdem müsste ich mal nachgucken, warum Minecraft und da uns so leckt. Guck mal, das kann ich sogar während dem Essen. Hm. Hm. Warte, die tötte ich jetzt. So. Tinten-Sack. Sieht aber nicht aus wie ein Sack, ne? Nee. Bei manchen textischer Packs sieht das aus wie ein Sack. Mhm. Eigentlich soll das auch ein Sack sein. Also ich hab das nicht unbenannt. Hier könnten wir ja eigentlich auch noch ein bisschen, Moment. Ups, oder? Oh, cool. Die letzte Position war sogar hier im Haus. Hast du mir jetzt gerade was durchs Sensor zugeworfen? Ja. 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 Ich mach das hier alles ganz genau. Ganz präzise. Genau. Wir haben schon sexuell verschritten. Ja, egal. Wir können ein bisschen überziehen. Macht ja nichts. Wir müssen ja nicht viel bezahlen, ne? Es gibt ja... Du hast vor vorn. Upp. Ja, genau. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch die Treppe irgendwie fertig machen. Warum? Warum ruckelt es? Keine Ahnung. Sag es mir. Keine Ahnung. Dann bin ich traurig. Nein, bin ich nicht, aber egal. Ähm. So zum Beispiel? Zum Bleistift? Was? Was ist mit Bleistift? Bleistift. Bleistift. Hihi. Okay, so. Geht das so? Ich denke mal, das geht so. Hier können wir dann noch sowas hinmachen und da auch. Meine Fresse. Es ruckelt. Schön ist was anderes. Nein, das sieht schön aus. Es war sehr schön sogar. Naja, also man kann hochlaufen, wollte ich damit jetzt sagen. Das reicht. Sinn und Zweck der Treppe. Aber Sinn und Zweck von Minecraft ist es auf jeden Fall nicht die ganze Zeit so rumzuruckeln. Ich muss sagen, ich muss sagen, es wird immer extrem. So, naja. Von mir aus kann man jetzt aufhören. Oder hast du noch irgendwas vor? Ich mag auch die Kakaobohnen, die reif sind. Okay. Wir sind ja sehr weit gekommen. Wir haben schon ein Haus. Unfertiges Haus. In Anführungsstrichen. Achso, genau. Hier, Glas. Glas ist fertig. Hm, wir haben den Kakaofond. In der neuen Version wird es dann besser. Da kann man das wenigstens hier gleichmäßig aufteilen, ohne dass man die ganze Zeit so viel klicken muss und so. Aus dem Ruckelt es dann nicht mehr so, hoffentlich. Oh, guck mal, da draußen ist ein Skelett. Das wollte ich mich, glaube ich, ach nee, das noch nicht. Au. Snipe on. Da fehlt noch was. Ich bin schon Lel 15. Ich bin Level 31, wahrscheinlich wegen den nächsten Ocelots. Hm, wo kommen die denn bloß her? Ich glaube, ich muss noch ein paar mehr von diesen Plugins installieren. Wollen wir auch noch explodierende Schafe haben? Ich hatte mal so ein Plugin, das in die Schafe explodiert hat, wenn man ihnen zu nah gekommen ist. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Da hat so einer gesagt, guck mal, ich springe jetzt auf das Schaf. Und auf einmal war er tot. So. Naja, von mir aus kann man Schluss machen. Von mir aus kann es auch aufzuhören zurück. Mann. Aua. Ich räume einfach mal alles hier aus. Vielleicht kannst du ja irgendwas dann gebrauchen. Außer meine Kekse, die behalte ich. Ich muss genau 32 Kekse. Wo bist du? Ach, da oben. Ja, okay, dann stellen wir uns halt da oben hin und dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. Okay. Kekse, Kekse, Kekse. Ich mag Kekse. Okay. Tschüss. Bye. Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.